Dank der Hypnose sind in eurem Gehirn Auslöser und Reaktionen fest verknüpft. Das kennt ihr alle, zeige ich euch. Ich sage gleich was und euer Gehirn wird in den allermeisten Fällen sehr vorausschaubar reagieren. Bereit? Wissen macht! Wenn ihr jetzt nicht A gesagt oder gedacht habt, dann wüsste ich gern, was ihr gedacht habt. In die Kommentare damit. Wenn ihr A im Kopf hattet, ist das natürlich kein Zwang gewesen. Aber für euer Gehirn war das eine einfache, automatische Reaktion. Und weil Hypnose sehr gut diese automatischen Prozesse beeinflussen kann, klappt das auch mit der posthypnotischen Suggestion.